Herzlich willkommen! Ich freue mich, dass Sie wieder mit dabei sind. Heute befinde ich mich in Waldhusen an einem jungsteinzeitlichen Großsteingrab, denn wir begeben uns heute gemeinsam auf Spurensuche. Dazu müssen wir zunächst die Begriffe Funde und Befunde erläutern. Bei Funden handelt es sich um von Menschen hergestellte Gegenstände oder auch natürliche Objekte, die aber von Menschen genutzt wurden. Befunde sind alle im Boden enthaltenen Spuren menschlicher Tätigkeit. Wir sehen also, Archäologen arbeiten eigentlich mit allem, was in irgendeiner Art und Weise mit dem Leben von Menschen zu tun hat. Dazu zählen natürlich Häuser, Grabstätten, Welle und Mauern, aber auch Gegenstände wie zum Beispiel Waffen, Schmuck oder Münzen. Hierbei ist es nicht nur interessant zu sehen, was für Gegenstände vorliegen, sondern auch wie und aus welchem Material sie gearbeitet sind. Stein, wie wir es hier sehen, ist ein langlebiges Material. Entsprechend können wir es auch noch nach vielen tausend Jahren vorfinden, so wie es in der vergangenen Gegenwart vorhanden war. Auch Metall ist verhältnismäßig langlebig, so wie Kupfer oder Eisen. Schwierig wird es bei organischen Materialien, wie Holz oder auch Stoffen. Diese finden wir aufgrund der natürlichen Zersetzung eher selten und nur, wenn wirklich optimale Konservierungsbedingungen vorlagen. Besonders interessant ist auch die Keramik zu betrachten. Zum einen, weil wir erkennen können, um welche Art von Keramik es sich handelt. Wir können sehen, wie sie gefertigt wurde, ob Waren mit der Hand getöpfert wurden oder ob sie mit einer Drehscheibe hergestellt wurden, bei wie viel Grad sie gebrannt wurden, welche Form sie hatten, ob Verzierungen vorlagen und vieles mehr. Aber auch der Ton an sich ist interessant, denn je nach Herkunft beinhaltet der Ton unterschiedliche Elemente. Und diese geben den Archäologen nun Aufschluss darüber, ob der Ton tatsächlich aus der Region stammt, in dem wir die Ware gefunden haben oder vielleicht nicht. Im Optimalfall können wir sogar herausfinden, wo der Ton herstammt und mit welchen Gegenden möglicherweise Handelsbeziehungen vorlagen. Also wir sehen schon, Archäologen arbeiten wirklich mit allem und müssen immer weit über den Tellerrand hinaus blicken. Und so schauen wir uns jetzt die Fundstellengattung an, denn da sehen wir noch mal ganz genau, worauf es in der Archäologie ankommt. Archäologen 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 Vielen Dank.